Der Schutzengel. Zwei Polizeibeamte des Bundesstaates Utah entdeckten nach Hinweisen von zwei Fischern ein umgestürztes Auto im eisigen Wasser eines Flusses außerhalb der Stadt Spanish Fork. Plötzlich hörten sie zu ihrem Schock eine schwache, doch unverkennbar aus dem Autowrack kommende Stimme. Helft mir, rief diese. Und tatsächlich fanden die Beamten ein lebendes 18 Monate altes Mädchen im Auto, welches allerdings mit Sicherheit nicht um Hilfe gerufen haben konnte. Die Mutter des Babys, die nach späteren Erkenntnissen der Beamten einfach ohne Grund von der Straße abgekommen war, lag tot im Fahrersitz. Also konnte auch sie nicht der Ursprung der mysteriösen Hilferufe gewesen sein. Wer hat also um Hilfe gerufen? Diese Stimme war nicht nur in unseren Köpfen. Sie war eindeutig real und klang nicht nach einem Kind, welches um Hilfe schreit, gab einer der Polizisten zu Protokoll. Obwohl das Kleinkind über 14 Stunden lang kopfüber in der Eiseskälte ohne Essen und Trinken verbracht hatte, überlebte es dank seines unbekannten Schutzengels.